Zalmann Klose-Nolting ist eine der führenden Kanzleien für Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung in Ostwestfalen. Unser Erfolg kommt nicht von ungefähr, sondern ist geprägt von einem starken Leitgedanken. Unterm Strich zählt Vertrauen. Denn Vertrauen ist die Basis für erfolgreiches Arbeiten. Mit dem Ziel, das betriebswirtschaftliche Ergebnis unserer Mandanten nachhaltig auszubauen und langfristig zu sichern. Wie erreichen wir dieses Ziel? Durch Engagement und ein motiviertes Team von erfahrenen Mitarbeitern. Durch Kompetenz und eine partnerschaftliche Betreuung der Mandanten. Durch Leistung und den Anspruch, verlässlich, glaubwürdig und authentisch zu handeln. Dafür stehen wir mit unserem Namen. Hubert Klose und Volker Neulting. Schenken Sie uns Ihr Vertrauen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017